Musik Das ist eine Scheiße, der Klöng ist kaputt. Wir... Ihr geht's doch überhaupt nicht weiter! Wir können doch unser Pensum überhaupt nicht abarbeiten! Was machen wir denn jetzt? Herzlich Willkommen zur Handlungsanleitung für die Durchführung von freihändigen Vergaben in dezentraler Bearbeitungszuständigkeit der Fachbereiche. Bei der Durchführung von freihändigen Vergaben in dezentralen Bearbeitungszuständen der Fachbereiche ist wie folgt vorzugehen. Bis zu einem Auftragswert von 250 Euro kann ohne vorherigen Preiswettbewerb vergeben werden. Bei einer Kostenschätzung über 250 Euro netto bis zu 5000 Euro netto, siehe Anlage 1 der Vergabe- und Beschaffungsordnung, erfolgt die Beauftragung nach formlosem Preiswettbewerb durch Angebotsaufforderung bei mindestens drei potenziellen Bietern. Die Auftragsvergabe ist unter Berücksichtigung der folgenden Kriterien vorzunehmen. Kriterium A Bedarf feststellen und Auftragsgegenstand formulieren. Aha! Also, was machen wir da jetzt? Der Klöng ist kaputt, die Arbeit geht nicht mehr weiter, also brauchen wir einen neuen. Kriterium B Voraussichtlichen Auftragswert ermitteln. Ich sage mal, so ein neuer Klöng kostet um die 500 Euro. Da frage ich jetzt am besten mal bei Klöng-Technik Müller nach. Preisanfragen an Bieter für eine Kostenschätzung sind zu vermeiden. Kriterium C Leistungsbeschreibung erstellen. Ja, also wir brauchen den Klöng, weil sonst können wir unsere Arbeit nicht machen. Und da nehmen wir am besten den Agro 64. Der kostet nicht viel und hält lang. Die Leistungsbeschreibung ist im Regelfall produktneutral und ohne Verwendung von Leitfabrikaten zu erstellen. Kriterium D Potenzielle Bieter auswählen. Da frage ich doch einfach mal bei Klöng-Technik Schulz. Oder es gibt natürlich auch noch VT Holzwickelte. Ach nee. Am besten ist eigentlich Klöng-Klöng-Schulz. Die sind nämlich besonders nett und günstig. Die Auswahl und Eignung der Bieter ist schriftlich zu begründen. Also gut. Also ja, also ich bitte jetzt um Angebote bei Die Bieterliste ist geheim zu halten. Kriterium E Erstellung der Ausschreibungsunterlagen und Festlegung der Angebots- und Zuschlagsfrist. Bei der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen sind die Regelungen der VBO entsprechend anzuwenden. Vergleiche Anlage 4 und 5. Die Angebotsfrist sowie die Zuschlagsfrist sollte dem Leistungsumfang und den anderen zeitlichen Zwängen angepasst sein und die rechtlichen Vorgaben der Paragrafen Die Bieterliste ist die Bieterliste sowie das Ausschreibungsblankett vor Versendung an die Bieter von einer zweiten Person mit Handzeichen. Und Unterschrift sowie Datum gegenzuzeichnen. Kriterium F Versendung der Vergabeunterlagen. Also ich werde jetzt einfach ganz schnell per Mail die Angebote einfordern und dann können wir hier gleich richtig gut weiterarbeiten. Falsch. Die Versendung erfolgt per Postzugang. Ausnahmen bilden Faxanfragen, die in dringenden Fällen durchgeführt werden können. Kriterium G Eingang und Annahme der Angebote. So, hier haben wir jetzt die App. Die Angebote dürfen vor Ablauf der Angebotsfrist nicht geöffnet werden und sind bis dahin im verschlossenen Umschlag unter Verschluss zu halten. Bei Faxanfragen ist ebenfalls der Geheimwettbewerb durch organisatorische und oder sonstige geeignete Maßnahmen sicherzustellen. Kriterium H Angebotsöffnung Stopp! Alle zu dieser Vergabe eingegangenen Angebote sind unverzüglich nach Ablauf der Angebotsfrist zu kennzeichnen. Hier ist das Vier-Augen-Prinzip durch zwei unabhängige, unvoreingenommene Personen von Bedeutung. Die Angebotsöffnung erfolgt unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Angebotspreise werden nicht veröffentlicht oder auf Nachfragen weitergegeben. Kriterium I Wertung durchführen und Dokumentation anfertigen. Die Wertung ist entsprechend der Wertungskriterien durchzuführen. Der Zuschlag ist auf das wirtschaftlichste Angebot zu erteilen. Das Vergabeverfahren ist in einem Vergabevermerk zu dokumentieren und zur Wahrung des Vier-Augen-Prinzips von dem direkten Vorgesetzten mitzuzeichnen. Kriterium J Schriftlichen Auftrag erteilen unter Berücksichtigung der AGB der Stadt Dortmund. Kriterium K So, und, kriege ich jetzt meinen Klöng? Ob der defekte Klöng ausgetauscht werden konnte, ist nicht sicher. Sicher ist aber, die Vergaberichtlinien wurden ordnungsgemäß eingehalten. Kriterium K Bis zum nächsten Mal.